Einer von den anderen dreien, wen nehmen Sie mit? Ich würde den Herrn Van der Bell mitnehmen, auch wenn es ihn mir jetzt nicht freut. Aber ich sage Ihnen warum. Er hat eine Gesinnung, das ist nicht die meinige. Aber er ist ein grundehrlicher Mensch, der seine Gesinnung lebt und der zu seiner Gesinnung auch steht. Auch wenn wir oft mehr streiten, aber man kann mit ihm auch trefflich und gut streiten, abseits der Kameras, mit einem hohen Niveau, sage ich. Und ich glaube, dass er, was das Menschliche betrifft, der sympathisch, der auf der Insel wäre. Nein, Sie werden lachen. Ich hätte das Gleiche gesagt. Also ich würde den Herrn Strache mitnehmen, allerdings mit einer boshafteren Begründung. Weil dann können Sie hier nicht so viel Unfug anrichten.